Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Clip vom Simbo-Sack. Ich habe nochmal in meinem Archiv gekramt, damals zum Thema Map Gladbeck und der nicht gerade kleinen Pettig an der ganzen Geschichte. Da bin ich mal im Januar 2014, so alt sind die Aufnahmen schon, am Rathaus gewesen, hat mir das vor Ort angeguckt. Jeder kann sich jetzt selbst ein Bild eigentlich davon machen, wie es original aussieht. Vielleicht jetzt etwas besser sogar noch, wenn wir das Ganze mal hier mit unserem transparenten Cockpit eines Solaris anfahren. Ich finde immer noch, die Map ist super geworden. Die Map wird auch weiterhin gepflegt, hat eine riesige Linienauswahl, das gefällt mir sehr gut. Klar, nicht alle Gebäude sind hier übernommen worden. Das wird in einer Metropole im Ruhrgebiet nicht gehen. Das kann vielleicht irgendwo auf einem Dorf im Land passieren, aber nicht im Ruhrgebiet. Trotzdem, also die Arbeit finde ich immer noch toll. Mittlerweile ja Metropole Ruhr und ich fahre es immer noch gerne. Ich freue mich auch über die Updates am gesetzlichen Hauptbahnhof, als auch die Updates, die zu erwarten sind hier im Buhr am Rathaus. Die Aufnahme ist also schon ein paar Jahre alt. Trotzdem finde ich sie ganz interessant, mal mit dieser Perspektive zu betrachten. Fahrt mal selber nach, guckt es euch nochmal an in der Map. Ja, und wenn ihr ein paar Kommentare unterschreibt, was euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Macht ein Abo, lasst ein Like da. Tschüss, euer Simmosack. Das war's.